moin leute was geht denn heute zeige ich euch mein instagram account ja die scheiße da paprika den 49 ich habe da ein profilbild als schokotrink und ich habe auch gestern schon ein bild von meinem ekelgetränk rein gemacht einfach so ja also wenn ihr ins habt wäre es ja nicht wenn ihr mich abonnieren könntet dann war es für das video und schau